Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Hunt Showdown. Ich probiere in diesem Video mal etwas Neues aus. Und zwar lade ich das ganze Spiel hoch, allerdings kürze ich die etwas langweiligeren Anfangsstellen ab und steige dann wieder ein, wenn es eigentlich spannend wird. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn es so ist, dann schreibt es ruhig in die Kommentare und nun schaut euch an, wie mein Partner Shiny in diesem Spiel richtig abgeht. Viel Spaß damit. Jetzt müssen wir hier glaube ich noch einmal kurz ein bisschen rumgehen. Zu gucken, ob hier was ist? Ja. Auf der Südostseite sind auf jeden Fall... Hier ist ein Emulator drin. Ich stelle vor diesen Eingang meine Konstantina. Weil durch den kommen eigentlich alle rein, die hier schleichen mit dem Emulator rum. So, zu unserer Linken sind dann gleich Hunde. Die Zombies auf dem Hof lassen wir am besten auch irgendwie am Leben. Ach du Scheiße. Lassen. Fuck ja, wir können hier auch killen. Hier ist alles voll mit Zombies und Hive und hast du nicht gesehen. Und wir hätten doch gar nicht da hoch müssen, oder? Ne, aber bevor die gleich Akku kriegt von uns und uns auf den Sender geht. Hast du das gesehen? Siehst du das da hinten? Was? Nordwesten 3,30, 3,45 war so eine Flair. Ja, so eine Trapmine. Bist du bei den Hunden? Nein. Okay. Ja, das ist eine meine Konstantina gelaufen. Gut. Kriegt immer noch Damage. Der Trottel. Einer. Warte. Ist wieder in die Konstantina, weil er den Emulator am Arsch hat. Ja. Die lacht nicht tot. Alle den Emulator noch nicht down. Weißt du das? Ja, das war ich. Siehst du welche? Ja, sind zwei. Einer mit einer... Einer mit der Lanze. Also musst du da vorsichtig sein. Ja. Wo bist du? Ich bin auf dem Tower. Bei den Händen hat auch jemand Akku ist einer. Ne, da ist ein Armut, der irgendwie an den Schiebt. Ja. Was machen die denn da, Dicker? Ah, hier bin ich gestorben. Da ist einer gestorben. Es sind zwei Teams. Fünfzehn. Alter, was geht denn hier jetzt ab? Der hat immer noch gut ballert. Ja, der ist gegenüber von mir im Gebäude. Einer down. Ich bin in dem kleinen Gebäude gegenüber. Durchs Dach reingelaufen. Ja. Kannst du den anzünden? Ja. Ach, warte mal, da habe ich ihn gesehen. Bei 3,30 ist der, glaube ich, gerade. Ne, das ist ein Clipping-Fehler. Ich kann den mal anzünden. Einer brennt. Da sind wir dann auch nur in der Zone. Bei 4,45, Nord-Ost. Ich sehe das Feuer. Die sind bei mir drin. Hab einen. Einer ist down. Sind die beide bei dir drin? Ja. Einer ist nach unten. Der kommt, ist in den hinteren Raum gerannt, wo du genau da, wo du drüber sitzt. Mhm. Hast du ihn? Nein. Aber ich zünde jetzt seinen Partner an. Und wenn es sich für ihn jetzt. Oder weil du dich mit anzündest. Ich muss raus. Mhm. Ist der noch bei dir da im Haus? Ja. Der ist im Haus. Der ist immer wieder. Angeschossen. Ich komme, ich komme, ich komme. Tod. Ich weiß aber nicht, ob hier nicht noch mehr sind, ey. Der hat eine Lanze. Ich weiß nicht, ob ich mir die nicht mal leihe. Ja, für den Butscher nicht schlecht. Ja. Den anderen hier habe ich verbrannt. Aber ich meine, irgendjemand hat noch geschossen. Was hatte der denn für eine Knarre? Ja, der ist noch geschossen. Und zwar aus Richtung Osten. Einer ist unten in dem Eisenbahnbadon. Ich habe ihn einmal angeschossen. In dem Eisenbahnbadon? Ja, ja. Ja, ja. Gut. Da muss man nicht zu kommen. Da ist noch einer hinter dem Eisenbahnbadon. Ja. Ich habe einen im Eisenbahnbadon. Ich habe einen im Eisenbahnbadon. Jetzt habe ich den Bolzen geklaut. Schweine. So, wo ist der andere? Wo ist der andere? Der im Waggon? Halt der, ach der genau. Da ist er. Ich habe gesehen, dass er hier in die Ecke gerannt ist. Der Punk. Der ist hier in die Ecke. Als du auf ihn geschossen hast. Und dann habe ich hier durch die Wand geschossen mit meiner Abercut. Ja, ich habe gewartet, dass er noch mal nach der Tür auftaucht. Vater sein zum Glück auch. So, warte. Ich hole mir die Lanze. Und mache den Butcher schnell. Ja. Ich werde nochmal eben kurz meine Bolzen eins annehmen. Ich habe nochmal filmt. Der hat keine Munition mehr, der Pisser, ey. Spezial Munition? Ja. Ja. Das müssen wir kurz welche suchen gehen. Ja. Das war, glaube ich, welche Farbe hatte ich noch? Das war die Lieder, ne? Mhm. Der Shotgun. Ah! Alter, wo kommt der denn her? Ach, der ist tot? Sag mal! Ich muss den, ich hole eben den Armbrust wieder. Junge. Abgefahren. Alter, was ist denn hier los? Er hat wohl einen Bolzen gefressen. Hat gereicht, sagt er. Und vor allem, was hast du für ein Aim heute? Butcher hat noch volles Leben. Oh, habe ich immer Glück gehabt, der hat nur Presker. Das hätte auch tödlich sein können. Die Frage ist ja, ist hier jetzt noch irgendwo einer? Warte, ich loote den mal, während ich die Lanze in der Hand habe. Ja. Vielleicht kriege ich da ein paar. Guck immer mal ein bisschen Munition an. Hier ist das Pferd, da kann er nicht kommen. Ach, Himmel, habe ich mich erschrocken, als ich den da gesehen habe. Ja, ich habe nur das Meldungsfeuer gesehen. Ich nehme einer, dass einer von denen, dessen kommt. Wie viel hast du jetzt? Wie viel haben wir jetzt hier überhaupt weggemacht? Zwei, vier, fünf, sechs, sechs Stück. Sechs Stück. Einen habe ich draußen an dem Eisenbahnlagon. 50 Dollar. Das wird dann wahrscheinlich sein Partner gewesen sein. Das wird wahrscheinlich sein Partner gewesen sein. Hier ist keine Munition drin. Ich gucke mal in dem Bunker. Ja, da eigentlich auch nicht. Da sind die Kisten, da sind alles Zeug. Oh, da ist der Pfeil. Hier ist Kompaktmunition. Ich renne gleich einmal beim Butcher durch. Guck da mal. Hier ist die Tschechise Munier. Ja. Schrore Konnexion Weiß ich nicht, sonst... Ja, fang einfach an! Okay, nur eben mein Crossbow holen dann. Ich bin der Schrore Konnexion Ich bin der Schrore mit dem Schrore. Ich bin der 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 Schrore. Das sind drei Schrore. Ich bin der Schrore. Ich habe keine Anzeige mehr. Du oder wer? Ich habe mich eben auch. So, nachdem der Butcher das Zeitliche Gediz ersegnet hat, erspare ich euch die Banish-Phase und die Phase, in der wir zum Extraction Point laufen wieder, denn in diesem Spiel passiert tatsächlich nicht mehr viel. Die Karte ist mit allergrößter Sicherheit leer, es sind keine weiteren Hunter mehr drauf. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Format so gefällt, dann gibt es da von demnächst vielleicht noch mehr. Bis dahin, auf Wiedersehen. Das war doch gut. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Mal gucken. Ob das jetzt nicht die ein oder andere EGP gegeben hat. Auf jeden Fall. Wieder sechs Hunter-Kills. Sechs, Alter. Ja. Wahrscheinlich alle du auch noch. Ich weiß nicht, habe ich einen gekillt? Nee, ich glaube nicht. Doch, den im Eisenbahnwaggon, wo du durch die Wand geschossen hast. Nee, den habe ich nicht gekillt. Den habe ich angeschossen, dann ist er nach hinten gelaufen und du hast ihn gekillt. Ja, stimmt. Ich bin immer nur irgendwo rumgeflankt und bis ich bei dir war, hast du sie schon alle umgebracht. Ja, stimmt. Den einen draußen, die zwei bei mir im Haus und die zwei anderen. Ach, und auch den einen im Waggon, ja. Siebenhundertfünfundsiebzig Dollar. Habe ich. Sechshundertfünfundzwanzig. Aber ich habe auch 300 Dollar irgendwie so gut gekriegt. Ach, was? Jeder von den Huntern 50 Dollar, die ich gelootet habe. Okay. Kann ja gar nicht sein. Genau, ich habe null Kills. Ich habe echt null Kills, ne? Du Arschgeige. Ja. 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 Ja.